In Ihrer Live-Regie sehen Sie die Signale der einzelnen Kameras nebeneinander auf mehreren Bildschirmen und brauchen nur zu entscheiden, auf welche Kamera geschnitten werden soll. Schon ist diese die Hauptkamera im Vollbild der Ausgabe, während die anderen Kameras unter ihrem wachsamen Auge weiterlaufen. EDIUS macht das genauso. Sie können neben der Hauptkamera, also die Ausgabe. Hier dreht Anatol Locker den Kopf, was eine sehr gute Möglichkeit ist, in die Bewegung reinzuschneiden. Dies wird unser erster Wechselpunkt zur Kamera. Entschließe ich mich dazu, die Kameras auf nur eine einzige Spur zusammenzufügen. Um die Signale aller Kameras jetzt auf eine einzige Spur zu extrahieren, gehe ich. Wir dürfen uns kurz vorstellen. Mein Name ist Anatol Locker. Ich bin freier Journalist und Autor und habe für den Kurs die Skripte geschrieben. Mein Name ist Stefan Schrauben und suche mir in dem Video einen Bildpunkt, der eigentlich farblos sein müsste. Zum Beispiel hier im Rahmen des Monitors. Und wie Sie sehen, habe ich jetzt nur mit drei Mausklicks das Bild optimiert. Was mir noch nicht gefällt, ist der Dynamikumfang und entsättige die Farben mal in meinem gewählten Farbton. Und wie Sie sehen, geht sofort die Röte aus dem Gesicht heraus. Auch hier lege ich mir noch einmal ein Referenzbild meines Referenzclips in meine Farbkorrektur hinein. Könnte ich jetzt ganz gezielt wieder Farben picken oder aber auch mit den anderen Tools meine Farbe selektieren. Das kann ich deutlich gezielter machen als in der Dreiwege Farbkorrektur, denn ich habe hier die Möglichkeit die Farbe ganz gezielt...